Hallo, ich bin Dennis, Trainer bei Comet Blankenese, der Mädchen im Jahr 2000 und 2001 und an alle Mädchen da draußen, die gerne Fußball spielen wollen, ob ihr schon könnt oder nicht, das ist egal, hier bei Comet seid ihr richtig aufgehoben und an alle Mädchen, die noch in den Jungsmannschaften spielen und da bald aufhören wollen, es muss nicht immer der HSV sein. Untertitelung des ZDF, 2020